Hey! Und herzlich willkommen zu einem erneuten Video hier auf meinem Kanal. Heute mit einem kleinen neuen Sounds-Video. Vorab zwei Informationen. Erstens, ich möchte einen neuen Namen-Video teildrehen. Und dafür brauche ich eure Namen. Also haut mir den Namen unten in die Kommentare. Wirklich einfach nur einen Namen hinschreiben. Und dann werde ich den mit etwas Glück in einem der neuen Videos nennen. Dann, nächste Info. Nicht jedem wird Mundgeräusche gefallen. Das kann ich verstehen. Wenn ihr also kein Fan davon seid, dann schaut doch gerne da oben. Dort findet ihr alle möglichen älteren Videos mit Sounds, Rollenspiele und so weiter. Ich wette, das richtige Video ist für euch dabei. Und dann gibt es Freitag natürlich wieder ein neues Video. Und ich verspreche, es werden keine Mundgeräusche sein. Aber es wünschen sich einfach sehr viele. Und ich möchte natürlich auch das machen, wo viele von euch drauf Bock haben. Und deswegen kann es nicht immer jedem gefallen. Ich hoffe, das ist verständlich. Und wir fangen jetzt einfach mal ein wenig mit den Geräuschen an. Viel Spaß. So, los geht es. So, los geht's. So, los geht's. So, los geht's. so schluchzen, schluchzen die sie 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 so so Das sieht übrigens total aus, als wenn mir so super warm ist, weil mir so super warm ist, denn dadurch, dass ich jetzt mitten am Tag ausnahmsweise mal aufnehme und es relativ warm ist und hier drin dann noch viel wärmer ist, boah, mir ist es warm, das glaubt ihr gar nicht, deswegen, egal, ist ja, denke ich, mal nicht so tragisch. Wenn die So, ich nutze einfach mal dabei ein ganz normales Kaugummi. So, ich habe auch noch einen kleinen Gemmach und einen kleinen Gemmach. Das war's für heute. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich okay schnitzel Das war's für heute. Ich habe mich sehr, 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 sehr gut gemacht. und schnau, schnau, schnau und schnau. Ich habe mich sehr, sehr, sehr gut gemacht. so So, und dann war es das auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, ich bin nicht gerade gut, was Mundgeräusche angeht, weil ich mir die Videos selber nicht so unbedingt gut geben kann. Finde ich persönlich nicht so entspannt. Aber ich hoffe, ihr habt es ein bisschen entspannt gefunden. Ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Zuschauen. Auch mit Kaugummi im Mund reden, ungewohnt. Ich bedanke mich, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.